Meine Filetier-Technik knolle ich in einem längeren Video schon beschrieben. Dazu brauchen wir erstmal eine dicke Magrelle und ein scharfes Messer. Ich verwende ein Filetiermesser mit einer Starrenklinge. Den Link stelle ich euch in die Beschreibung unter dem Video. Wie gehabt, beginnt man mit einem Schnitt hinter dem Kopf, aber nur die Haut verletzen. Und dann schneidet man einfach an der Rückenlosse entlang, hofenartig, von oben nach unten, zum Bauch entlang. Wie gesagt, nur die Haut einschneiden. Jetzt kann man die Haut abziehen, einfach das Stück packen, kann man die ganze Haut einfach runterziehen. Aber, was ich vergessen hatte in einem Video zu erwähnen, es sind nicht nur die Gräten, die hier vorstehen, sondern das hier ist eben das Seitenlinienorgan. Das ist dieses dunkle Gewebe, was sich hier befindet und dieses schmeckt ziemlich fischig und auch das mögen viele nicht. Einfach an diesen Gräten entlang schneiden. Hier sieht man sehr genau diese Seitenlinie, das Seitenlinienorgan. Das macht halt, wie gesagt, den sehr fischigen Geschmack aus und wird zudem etwas matschelig auch in der Konsistenz, wenn es gebraten ist. Das kann man halt umgehen, indem man es eben zumindest zum Teil wegschneidet.